Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute haben wir etwas Besonderes für euch. Die Edifier W320TN True Wireless Noise Cancellation Earbuds. Diese kleinen, aber kraftvollen Begleiter bringen nicht nur den besten Sound direkt in eure Ohren, sondern bieten auch Funktionen, die man eventuell nicht direkt erwarten würde. Wisst ihr, was das Beste daran ist? Wir werden euch alles darüber erzählen. Also bleibt dran und erfahrt, wie diese Earbuds eure tägliche Musikwiedergabe, Anrufe und mehr auf ein ganz neues Level heben. Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Die Kopfhörer wurden uns für dieses Video von Edifier zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Unsere Meinung ist wie immer unsere eigene. Bevor wir die Details checken, werfen wir noch einen Blick in den Lieferumfang und packen die Kopfhörer aus. Beim Öffnen der schicken Verpackung werdet ihr als erstes das Case sehen, welches nochmals in einer Folie geschützt ist. In der Verpackung integriert, findet ihr in einer Extra-Box das Zubehör. Neben der Bedienungsanleitung, der Garantiekarte und den Sicherheitshinweisen findet ihr auch ein USB-A auf USB-C Ladekabel. Viel mehr ist auch nicht dabei und wir können uns direkt mit dem Design des Cases und den Kopfhörern befassen. Wir haben hier die graue Variante. Und die sieht echt sehr gut aus. Das dezente Grau verleiht den Kopfhörern einen modernen und eleganten Look. Sollte die Farbe nicht euer Fall sein, könnt ihr die Kopfhörer auch in Elfenbein wählen. Das hochglänzende Finish verleiht dem Case einen speziellen Look. Aber der hochglänzende Look beschränkt sich nicht nur auf das Case. Schaut euch auch die Earbuds genauer an. Sie sind nahtlos in das Design des Cases integriert und glänzen genauso stilvoll. Das graue Finish verleiht ihnen einen edlen Touch und macht sie zu einem Accessoire, das ihr gerne zur Schau stellt. Die Earbuds sind kompakt und haben eine ergonomische Form, die perfekt in eure Ohren passt. Die Kopfhörer inklusive Case wiegen 51 Gramm. Das leichte Gewicht macht sie ideal für den langen Tragekomfort. Egal, ob ihr sie beim Sport oder im Alltag verwendet. Obwohl die Kopfhörer mit dem hochglänzenden Design auf den ersten Blick nicht unbedingt als Sportkopfhörer wahrgenommen werden, überzeugen der gute Halt und die IP54-Zertifizierung. Die IP54-Zertifizierung bedeutet, dass diese Earbuds gegen Spritzwasser und Staub geschützt sind. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen, wenn es regnet oder wenn ihr schwitzt, während ihr Sport treibt. Jetzt kommen wir zu einem der spannendsten Aspekte der Edifier, ihren Funktionen und der Technologie, die in diese kleinen Ohrhörer integriert ist. Beginnen wir mit dem AI Multimodel Adaptive System. Dieses System umfasst die adaptive Geräuschunterdrückung, Soundeffekte und kümmert sich um die Sprachqualität während einem Call. Dank dieser Technologie wird die Geräuschunterdrückung verstärkt, die Klangqualität verbessert und Anrufe klingen klar. Egal ob ihr in einer lauten Umgebung seid oder eure Lieblingsmusik genießt, diese Earbuds passen sich automatisch an, um die bestmögliche Audioerfahrung zu bieten. Mit drei Mikrofonen in jedem Earbud und dem AI Adaptive Environmental Noise Cancellation System sind eure Anrufe in guter Qualität. Selbst in lauten Umgebungen erkennt der AI-Algorithmus automatisch das Lärmniveau und passt die Rauschunterdrückung an, um Umgebungsgeräusche von eurer Stimme zu trennen. Dank der Adaptive Sound Effect Compensation passt sich der Sound basierend auf der Analyse der Frequenzantwort eures Gehörgangs in Echtzeit an. Das bedeutet weniger Klangverlust durch Luftlecks während des Tragens und eine Klangqualität, die euch jedes Detail eurer Musik erleben lässt. Das Open-Fit-Design der Kopfhörer ist nicht nur bequem, sondern auch druckfrei. Sie passen ergonomisch in eure Ohren und bieten gleichzeitig eine transparente, offene Passform. Zusammen mit der aktiven Geräuschunterdrückungstechnologie ermöglichen sie ein Hörerlebnis ohne Druck auf eure Ohren. Die eingebaute Infrarodware-Detection-Sensorik ist wirklich smart. Sie erkennt, wenn ihr die Earbuds tragt und startet automatisch die Geräuschunterdrückung und die Musikwiedergabe. Wenn ihr sie abnehmt, pausiert die Musik und die Geräuschunterdrückung wird deaktiviert. Das bedeutet, dass ihr nie unnötig Akkulaufzeit verschwendet. Und um sicherzustellen, dass ihr wirklich jedes Detail hört, unterstützen die W320TN den LDRC Audio Codec. Dies ermöglicht eine saubere Musikdetailübertragung und minimiert Verluste in der Audioübertragung. Mit der Hi-Res Wireless Zertifizierung können sie Musik genau und klar wiedergeben und die subtilsten Klangveränderungen erfassen. Lasst uns auch über die Akkulaufzeit und den Ladevorgang der Edifier sprechen. Ihr könnt euch auf bis zu 27,5 Stunden Akkulaufzeit verlassen. Egal, ob ihr den ganzen Tag Musik hört, Anrufe tätigt oder unterwegs seid, diese Earbuds halten mit und bieten euch stundenlangen Genuss, ohne dass ihr euch Gedanken über einen leeren Akku machen müsst. Der Ladevorgang dieser Earbuds ist schnell und effizient. Wenn ihr nur 10 Minuten Zeit habt, könnt ihr die Earbuds aufladen und dann eine Stunde lang verwenden. Das minimiert die Wartezeit und ermöglicht es euch, schnell wieder eure Musik zu hören. Selbst wenn ihr es eilig habt. Die Edifier True Wireless Earbuds zeichnen sich nicht nur durch ihren hervorragenden Klang und Komfort aus, sondern auch durch die äußerst einfache Bedienung. Das Besondere an diesen Earbuds ist ihre Easy Control Pinch Function. Einfach die Stiele leicht zusammendrücken und schon könnt ihr Anrufe entgegennehmen oder beenden, die Musikwiedergabe steuern und zwischen verschiedenen Modi wechseln. Dieses intelligente Design verhindert effektiv versehentliche Berührungen und sorgt für ein reibungsloses und einfaches Nutzererlebnis. Aber das ist noch nicht alles. Um das volle Potenzial der Kopfhörer auszuschöpfen, empfehlen wir euch die Verwendung der Edifier Connect App. Mit dieser App könnt ihr nicht nur die Steuerelemente individuell anpassen, sondern auch eine Vielzahl von praktischen Funktionen erkunden und eure Musikmöglichkeiten erweitern. Eine Funktion in der App ist der Gaming-Modus. Mit einer niedrigen Latenzzeit von 80 Millisekunden könnt ihr mobile Games ohne Verzögerung spielen. Aktiviert diesen Gaming-Modus einfach in der App. Ein weiteres Highlight der App ist die umfassende Steuerung des aktiven Geräuschunterdrückung. Mit dieser Funktion könnt ihr eure Umgebung mit einem Fingerstreich verändern. Ob ihr die Außengeräusche minimieren möchtet, um in lauten Umgebungen ungestört zu sein, oder ob ihr die Umgebungston-Durchlässigkeit erhöhen wollt, um Gespräche wahrzunehmen, alles ist möglich. Diese Earbuds sind mit der Bluetooth-Version 5.3 ausgestattet, um eine stabile und zuverlässige Verbindung mit euren Geräten sicherzustellen. Egal, ob ihr ein Android- oder IOS-Gerät verwendet, die Verbindung ist ein Kinderspiel. Verbindet sie einmal und sie werden automatisch mit eurem Gerät koppeln, sobald ihr das Case öffnet. Ein weiteres Highlight ist die Multipoint-Verbindungsfähigkeit. Das bedeutet, dass ihr eure Earbuds gleichzeitig mit zwei verschiedenen Geräten verbinden könnt. Zum Beispiel könnt ihr eure Earbuds mit eurem Smartphone und eurem Laptop verbinden und nahtlos zwischen beiden Geräten wechseln, ohne die Verbindung jedes Mal neu herstellen zu müssen. Das ist perfekt für Multitasking und ein nahtloses Hörerlebnis. Nachdem wir nun alle Funktionen, das Design und die Technologie der Edifier erkundet haben, ist es Zeit für unser Fazit. Diese Earbuds haben in jeder Hinsicht viel zu bieten und hinterlassen einen starken Eindruck. Sie bieten nicht nur eine gute Klangqualität, sondern auch eine maßgeschneiderte Klangeinstellung, eine intuitive Steuerung, eine umfangreiche App-Anpassung, eine lange Akkulaufzeit und vielseitige Verbindungsoptionen. Egal ob ihr Musikliebhaber, Gamer oder vielbeschäftigte seid, diese Earbuds könnten eure Erwartungen übertreffen. Das Testen hat uns viel Spaß gemacht und wir können die Earbuds von Edifier auf jeden Fall weiterempfehlen. Was denkt ihr über die W320TN? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir verlinken euch die Kopfhörer selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Zusehen. Ciao!